Wir haben hier einen BMW F30 ohne M-Paket mit Facelift, sogenanntes LCI und die Kollegen haben hier schon mal von ST Suspensions das Gewindefahrwerk eingebaut, das ist das STX-Fahrwerk und in Kombination dazu natürlich auch wunderschöne BWS-Räder, das CHR-Rad in 20 Zoll, macht schon mal eine sehr coole Optik, aber ja, Dennis hat ja darum gebeten, dem Optischen am Fahrzeug noch ein bisschen was hinzuzufügen, deswegen bin ich jetzt da. Ich würde sagen, ich lege auch direkt los, fangen wir mal mit der Cupspoilerlippe vorne an. Et voilà, und schon sind wir fertig. Und dann machen wir jetzt gleich hinten mit dem Heckflügel weiter. Bis zum nächsten Mal. Also, ich sage mal, 20 Minuten Arbeit in etwa und ihr habt euer Auto schon maßgeblich optisch verändert. Ich finde es eine sehr gute Wahl mit der Carbon glänzenden Optik von uns, matcht sehr gut zur Wartenfarbe. Und alles in allem ist es doch jetzt kleines optisches Highlight. Das Beste daran ist natürlich, ihr habt keinerlei Kosten mehr, denn wir haben ABEs für beide Teile hier in Verfügung. Und somit keinerlei Kosten für die Eintragung. Einfach ins Handschuhfach damit und bei Bedarf beim TÜV oder bei Polizeikontrolle vorzeige. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch gefallen. Teilen, liken, abonnieren, Standardprozedere wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.